Das künstlerische Material von Lawrence Wiener ist die Sprache und die Materialien, auf die sie sich bezieht. In seinen Spracharbeiten beschreibt er Situationen oder Handlungen, die sich allein in der Vorstellung des Lesenden materialisieren. Die Arbeiten werden sehend erfasst und evozieren Bilder, Ideen, Vorgänge oder, wie in dieser Arbeit, auch klangliche Ereignisse. Ein leiser gewordener Klang, a sound grown softer. Lawrence Wiener überlässt es dem Lesenden, sich einen nicht näher definierten Klang vorzustellen, der anwesend war, abgenommen hat, ein vergehender Klang, der kaum noch zu hören ist. In der Vorstellung wird ein zeitlicher Prozess angeregt, ein Prozess, der der Zeitlichkeit der Musik entspricht. Man kann die Arbeit als Partitur lesen, also ein klangliches Ereignis, das sich live im Kopf des Betrachters vollzieht. Auch der Zusatz, die Minuendo, abnehmend, eine musikalische Vortragsbezeichnung für abnehmende Klangstärke, verweist auf eine musikalische Komposition. Die Arbeit ist nicht nur unter dem Aspekt der künstlerischen Partitur interessant, sie ist auch eine interessante Erweiterung im Kontext der Soundart. Es handelt sich um eine Klangarbeit, die mit den Augen wahrgenommen wird und live im Kopf des Lesenden entsteht.